I am a pirate! Hallo Leute! Also, ich hab's eben schon mal versucht und hab schon mal einen Peilsender zerstört, als ich eben die Aufnahme gemacht hab. Der ist an meinem PC abgeschmiert. Also, um genau zu sein, ich bin rausgetappt, wegen Antivir oder sowas. Wahrscheinlich hat sich Antivir irgendwie update oder sowas gemacht und mein PC hat sich, weil es noch am aufnehmen war aufgehangen. Naja, egal. Also, was halt nochmal? Ich hoffe, es klappt. G-Seges, nein, das war nicht das Richtige. Boah! In Broadway. Von Geschwindigkeit und Wenigkeit, der hatte keine Erfahrungen geschätzt werden. Mein gestimmt ist ganz komisch. Oberkommandierender Boreal, der unter dem berühmten Kommandanten Angelos Erlert hatte. Versuchte sich so gut wie möglich auch stationäre defensive Bauwerke zu verlassen. Anstatt also die Kommandantentrale der Bestesnied auf und ein paar Worte mit der Hälfte ist, die Kommandantentrale aber auch am Ende der Norden der Oberkommandier im Norden der 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 Norden mit Töglicher Geschwindigkeit in jeder Storben. Menschen sind Wichsenmenschen sind hier so ich bin für uns anzugreifen dummes arsch ich bin eine Briegelwehr Aaaaaah ein ich darf nicht mehr als Brüßstück jedes Mal es ist ein helles Ah, was heilig ist, das ist gut. Wir müssen aber schneller kaputt machen, wir. Das. Wieder noch was. Hm. Lass uns Menschen zerstampfen. Was ist das? Er zu der Kampf gewinnt. Okay, los, weiter gehts. Run, run, to the sun. Oh, baby, come and get me. Stirb ich nicht. To the sun, get away from these zombies. Der erste, der kämpft, gewinnt. Lass uns Menschen zerstampfen. Der erste, der kämpft, gewinnt. Zeit anzugreifen. Oh, ey, die sind so dumm, scheiß Wort, ey. Lass uns Menschen zerstampfen. Ach ja, äh, mir ist gerade noch eben aufgefallen, wenn ich mein PC nur gestanden habe, dass ihr ja in die Kommentare geschrieben habt, die haben keine Ehre oder sowas. Ja, die haben keine Ehre. Sonst sind es halt noch zwei Leute geschrieben. Von den drei, die kommentiert haben. Ähm. Habe ich irgendwie... ...was mit Ehre geschrieben? Also zumindest habe ich das nicht verstanden, was ihr wolltet. Tut mir leid. Das heißt jetzt nicht, dass ich blöd bin, nur, äh, oder... ...das ist jetzt... Ach, keine Ahnung, ich hab's halt nicht verstanden, was ihr damit meintet. Ist aber nicht so schlimm. Und jetzt avisst uns ZERO. Das heißt, hier verdammt ein energy. Ich bin ein ja 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 weh 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 sterbt alle und noch viel mehr ihr werdet bluten der ist einfach nur bei uns recht? das bluten? ach ja und die Info zu hier und dann wie heißt das denn? kann man... Jade Empire oh ich hoffe da ist jetzt einfach mal so drin still ich hab auch keine Ahnung ob ich das jetzt wirklich machen werde einfach nur so ein kleiner Gag aufzuspucken wirklich wirklich nicht kommentiert sagt nein ja und wollt ihr das ja ja jetzt bin ich ganz eindeutig sicher dass es bringt euch so was an zumindest momentan noch nicht ich abonnenten das heißt nicht dass ich abonnenten geil bin das heißt nur dass ich momentan noch nicht so viele abonnenten technisch machen kann aber das hat jetzt eigentlich gar nichts mit mit äh 15 geht du hast der wir in die sind da ja und wenn ihr eigentlich ist 16 24 45 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 Ok, ich sag euch gleich, wer das gesagt hat.